So Leute, da sind wir wieder bei Popcorn Black and White. Also, ich bin jetzt eine halbe Stunde mit der Tabulator-Taste hin und her gelaufen. Und ich hoffe, dass sich jetzt beim nächsten Level mein Macbeth entwickelt. Wenn es sich jetzt nicht entwickeln sollte, ist nicht schlimm, da es schon ziemlich an Zuneigung dazubekommen hat und es sich dann sicher bald entwickelt. Am besten wäre es, dass ich jetzt gegen irgendwelche Trainer kämpfen könnte, aber ich weiß gerade nicht, wo welche sein könnten. Also, da kämpfe ich jetzt einfach nur gegen die wilden Pokémon. Wenn ihr noch irgendwelche Pokémon für mein Team wisst, dann sagt es mir einfach, das Pokémon mit den meisten Stimmen, das werde ich dann ins Team reinhauen. Schreibt es einfach in die Kommis. Und ja. Aber bitte auch nur Pokémon, die sich komplett entwickeln kann. Da es jetzt auch wieder einige neue Pokémon gibt, die sich durch Tausch entwickeln. Und falls ihr irgendwelche Pokémon mit Entwicklungen, die sich durch Steine entwickeln, vorschlagt, bitte schreibt es mir auch dazu, falls ihr es wisst, wo ich die Steine finde. Aber dann ... Oh ... ... ... ... ... ... ... Wie geht das denn hier? Ich bin ein ganzes Mensch. Ich bin ein ganzes Mann. Ich bin ein ganzes Mann. Ich bin ein ganzes Mann. Das ist dann auch für heute mein letzter Part. Ab morgen gibt es dann wieder welche. Und... Ah... Ab morgen, übermorgen, so was. Schöne wilde Mischung! Verdammt, mir fehlt gerade der Name nicht schön. Ach, keine Ahnung. 11.000, 11.000, mit drei Nullen. Ah, die scheiß Werbung geht mir nicht mehr aus dem Kopf. So, jetzt setze ich meinen Safe. Falls es sich jetzt nicht entwickeln sollte, dann werde ich noch ein bisschen weiter laufen. Denn ich will auf Level 15 die Weiterentwicklung haben. Ich habe keinen bestimmten Grund dafür, es ist einfach so. Das ist ein bisschen zu groß. Und er lernt eine Attacke. Nein, es entwickelt sich nicht. Egal, ich spreche jetzt trotzdem mal. Und jetzt schauen wir uns mal die nächste Stadt an. Okay, das hier sieht aus wie eine Arena. Oh, N. Was willst denn du? Burschi. Burschi, sag mal, was willst denn du jetzt von mir, Zeefix? Willst du eine aufs Maul? Kannst du haben. Los, Macbeth. Zeig ihm mal was. Sag mal, warum ich dich ins Team gehauen habe und nicht die komische Taube. Otamaru. Also, keine Ahnung grad, was das für ein Pokémon ist. Achso, das, das Pokémon ist ein Typ Wasserboden. Entwickelt sich später zu so einer komischen Warzenkröte. Und würde ich jetzt, so gesagt, nicht empfehlen. Der hat eine sehr schwache Verteidigung. Der hat eine sehr schwache Verteidigung. Oder war das ein schwacher Angriff? Komisch, irgendwie hat der immer andere Pokémon. Die Katze hat diesmal gefehlt. Okay, gehen wir nochmal heilen. Okay, ich geh da mal hier noch zwei, drei Runden. Hin und her. Und dann sehen wir... Ah, ich mach jetzt keine Pause. Also, ich geb euch einen Tipp, wenn ihr Pokémon mit Zuneigung im Team habt. Dann sucht euch einfach eine gerade Strecke und lauft sie einige Male. Das. Auf dem DS habe ich jetzt für... Auf dem DS habe ich jetzt für... Bei HeartGold, SoulSilver habe ich jetzt... Äh... Wie heißt... Bei Riolu ne... Eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Dass es sich dann entwickelt hat. Aber dann... Ist halt nicht mehr der schwache... Anfangsvieh da... sondern die bessere Weiterentwicklung. So, dann gehen wir jetzt mal in die Arena rein, falls das sein ist. Ja, das ist eine komische Arena, wo man so ein Rätsel lösen muss mit Büchern. Aber da ich ja nichts auf Japanisch verstehe, muss ich das auf gut Glück machen. Ja, kommen aber nicht so viel. Danke. Schnell, ich will noch den einen Kampf machen, bevor ich den Park beende. Los, auf geht's. Ja, komplett nicht so viel. Kämpf. Okay, den Part schaffe ich nicht mehr. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.